Wollten wir nicht den Tag im Leben des Ivan Benissowitsch lesen? Soll ich ihn nicht sehen. Lass uns doch lieber den Kafka lesen, oder? Klingt es auch wie eine Sage, kann es doch kein Märchen sagen. Er ist ein Freund. Naja, ich wollte ja nicht zerstören. Naja, lesen wir jetzt weiter. Lesen wir weiter? Ja, ja, wir lesen weiter. Zuletzt bekam ich aus Ostberlin die Nachricht, dass unser Sohn schwer erkrankt ist und ich dringend kommen müsste. Ich fuhr mit der Ostbahn rüber. Und was wird aus unserem Freund, was wird aus unserem Freund, was wird aus unserem Leben? Also wenn man das mit dem Zaun hingekriegt hätte, wie wäre das Leben eigentlich weitergegangen? Nach Süden, nach Süden wollte ich fliegen, das war mein allerschönster Traum. Hinter den Hügel, hübschen wir Flügel, um vor dem Winter abzuhauen. So, gehen oder nicht gehen?